Musik Herzlich Willkommen in der St. Marienkirche in Elende. So wie Sie jetzt gerade, kommen Menschen seit über 600 Jahren in dieses Gotteshaus. Aus aller Welt sind Sie einst in die damals katholische Marienwallfahrtskirche gekommen. Sie trugen ihre Sorgen und Nöte, aber auch ihre Freude und Dankbarkeit vor Gott. In all den Jahrhunderten hat sich also im Kern nicht wirklich viel verändert. Auch heute noch kommen Menschen hierher, um in der kühlen Kirche zu rasten, Ruhe zu finden oder das Zwiegespräch mit Gott zu suchen. Andere kommen, weil sie auf Entdeckungsreise sind und die Geschichte dieser einst großen Wallfahrtskirche kennenlernen möchten. Die Sagen rund um Marien erzählen von verzweifelten Kutschern in eisigen Winternächten, von Wasser, das in Blut verwandelt wurde und anderen überraschenden Ereignissen in Dorf und Kirche. Und vielleicht finden Sie hier so gleich ein bisschen Unlaubslektüre. Warum auch immer Sie unterwegs sind, treten Sie ein. Hier sind Sie herzlich willkommen und das für jederzeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017